Seid gegrüßt, Freunde! Hier ist euer Alpiray mit dem nächsten Part! Super Mario! Und wir sind hier immer noch in der Höhle! Aua! Fast ein Kopfhörner, oder? Ja, egal! Ähm... Ja, wir suchen immer noch den Kameramann! Oh! Kann schon bestimmt so kommen! Klatsch, klatsch, klatsch! So! Äh, Moment! Ja, genau! Ah, genau! Jetzt demonstriere ich mal, warum man die nicht attackieren darf! Aua! Können wir jetzt mal ein? Ich kriege einen Minus-Erfahrungspunkt, wenn wir die töten! Das könnte zwar jetzt sein... Ah! Nice für unser... Ja, jetzt ist es für unseren Level-Up, aber... Joa! Weil ich mein Level-Up ja niedrig haben will! Und, keine Ahnung... Ich denke, ich werde hier gleich mal was machen... ...wenn ich noch mal so eine Radekriege... ...und werde mal meinen Score ein bisschen schaden, damit ich mein Level weiter niedrig halten kann! Ah, da ist ein Kameramann! Wusste ich schon, dass er hier irgendwo ist! So! Da ist das letzte Crew-Mitglied, der... ...den Wandel, da viel mehr Wandel hier! So! So! Kasse auch zurück! So! Ich suche jetzt eine... ...massenansammel-Höhle-Linsche! ...amass... Wandel, du musst aufhören! Das hier steigern noch nicht mit dem... ...massenansammel-Höhle-Linsche! Der Lebensmittel des Spuls! ...massenansammel-Höhle-Präsidentin! Naja, egal, jetzt haben wir die Menschentüfe. Ja, ich weiß, es gibt Minuspunkte. Aber das ist doch schön für unseren niedrigen Settler. Wie gesagt. Natürlich fahre ich mit dem Wagen. Solange trinke ich einen Schluck. Ich kann auch einen Schluck trinken. Das hat gut getan. Oh, ne. Eigentlich haben wir wieder so einen Kratzen im Hals. Wie wieder Milch, wenn ich schläge es gleich noch rein. Sammelst du schon immer noch was im Hals? Naja, egal. Mein Schuss ist ab. Hm, Pusten hat nichts gebracht. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Oh, das ist ein Schuss. Oh, das ist ein Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Oh, das ist ein Schuss. Oh, das ist ein Schuss. Ich habe eine Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss gelegt. Oh, das ist ein Schuss. Oh, das ist so. Ich hab total vergessen, dass wir hier oben sind. Wo waren denn noch mal? Hier oder? Da hab ich schon irgendwo mitgegeben vergessen. Ah ja, wir haben einen. Alle sind Kuhmitglieder. Jetzt haben wir seine Probe gefeiert. Jetzt gibt er uns den Schlüssel. Ich hab ihn schon gehört. Ich hab ihn schon gehört. Ich hab ihn schon gehört. Hm. Erraten. Wie durch Magie, ja. Ja, super. Gib mir einfach den Schlüssel. Was? Ja, genau. Typisch Clip. Immer das gleiche. Oh mein Gott. Jetzt gib mir den Schlüssel. Oh. Jupp, danke. Du hast uns sowieso nichts mehr Wichtiges zu sagen. Juhu. Banzai. Banzai. Oder ne. Ich wollt genauso Skidix hinlegen. Das ist nochmal. Hör auf den Schlüssel. Ne, jetzt noch was zu sagen. Sehr gerne. Tschüss. Aha. Achterbahn schon wieder. Tja. Und wieder. Und wieder. Wow. Achtet mal. Mega Looping. Wieder mal mit der unlogischen Lampe. Nochmal. Mega Looping. Und noch ein Mega Looping. Oh, das ist gegen alle physikalischen Gesetze. Ganz ehrlich. Dieser Aufstieg. So ein Aufstieg hier. Ah, so ein Aufstieg hier. Gegen alle physikalischen Gesetze, mal ganz ehrlich. Nein! Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Wie komme ich wieder zurück? Nein! Wie soll ich denn hier wieder zurückkommen? Kann ich da hoch? Hey! Nein! Ah, so. Ops, 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 ops. Boah, ich dachte schon, ich komme dann wieder zurück. Mario kommt dann hoch, aber so eine Lore schafft das. So, 80 Grad Winkel. Steil bergauf. Komm, mach mir nix vor. Ich schuf Ganze. Irgendwas sagt dir. Ich bin gestein. Matsch ist. Oi. Oi. Oi, 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 oi. Ich werde mal vorbereiten. Ops. Das kann ich mir leider nicht bekneifen. Ey. Scheiße. Scheiße. Ich habe es ja noch. Kein Megastern, weil er mit diesem Bestand wollte es eigentlich auch nicht. Aber ich kann jetzt nicht wieder stehen. Ich muss ihn einfach auskosten. Nimm. Megastern! Ja! So, weiter geh ich nicht, weil wir hier durchkommen. Das ist nämlich richtig gut verarscht. Okay, Freunde, damit wäre dieses Kapitel auch abgeschlossen. Ende des Kapitels. Ich möchte mein Spiel speichern, ja. Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. See ya!